Djibouti, Stadt Djibouti Die international übliche Schreibweise ist Djibouti, ist die haupt- und einzige wirkliche größere Stadt des gleichnamigen Landes Djibouti am Golf von Aden. Gegründet wurde sie in einem bis dahin unbesiedelten Gebiet als Hafen- und Verwaltungssitz, ab 1896, von der französischen Kolonialverwaltung 1888. Aufschwung brachte der Bau der in Metaspur ausgeführten Eisenbahn nach Äthiopien. Noch heute laufen 90% der äthiopischen Importe des Seewegs über den Hafen. Gut 70% der Bevölkerung des Landes leben hier. Hintergrund Sampipe-Symbolübersichtsparte der Stadtbezirke, das Zentrum in hellem lila, 2017 Die Stadt besteht aus zwei Teilen, dem eigentlichen Djibouti im Osten und, einer etwas ab vom Meer hinterm Hafen gelegenen Siedlung, die sich in weitere Bezirke gliedert, Hayabli, Sitte Bavakwo, Sitte Scheik-Ausmann, Park und Traute X00A0. Zwölfter zwischen beiden Teilen ist das Flussbett des Ambo-Uli, der nur zeitweise Wasser führt. An dessen Ufer liegt die zum Slam verkommene ehemalige Hafenarbeiter-Siedlung von Ahiba, der vor allem von ethnischen Afa bewohnt ist. In den 1990er kam es zu massiver Zuwanderung von Somalis und Äthiopiern. Das eigentliche Zentrum-Europäer-Viertel, sind die Viertelrepublik und Plateau, du Serpent. Hier haben die grob rechtwinklig angelegten Hauptstraßen auch Namen. Mittig ist der, vormals Place Menelik. Im Norden liegt das reichen Viertel Ilod-u-Heron. Der Hafenbereich ist nur eingeschränkt zugänglich, der Präsidentenpalast gar nicht. Getreu französischer Kolonialtradition haben in den südlich anschließenden Afrikanervierteln, Quartier 1 gleich Q1 und so weiter, nur noch Nummer, von einigen Boulevards abgesehen. Beim neuen Hafen von Es seit 2016 auch eine Basis der chinesischen Volksmarine in Bau. Die USA haben rund 4000 Soldaten im Camp Le Monnier, beim Flughafen, stationiert von wo aus seit Oktober 2016 aus auch Angriffe auf die Saudi-Arabien nicht genehme Regierung des Jemen erfolgen. Auch die Bundesmarine hat eine Einheit hier. Mit dem Flugzeug ab Frankfurt fliegt man günstig mit Äthiopien, über Addis Abeba oder Jeddah, oder Emirates über Dubai. Vergleichsweise lang sind Flugzeiten mit Kenia Airwes, deren Flüge über Nairobi gehen. Der Djibouti bietet seit 2016 wieder Passagierflüge an. Bedient werden zentralafrikanische Städte und Dubai. Das Büro da ist in der Stadt am BLVD. Schaik-Ausmann, Telefon, plus 253, 21, 351007. Reisebüros findet man um den Place 27 June. Mit der Bahn Samp Heitz im Boulder Bahnhof Nagat, Ende der Normalspurbahn nach Addis Abeba, eröffnet 2017. Die Endstation der Züge von nach Äthiopien ist nicht in der Stadt, sondern etwa 10 Kilometer außerhalb im Abfahrtrichtung Addis Abeba, Furi-Lebu, ist an geraden Kalendertagen um 8 Uhr. Ausländer zahlen den doppelten Preis. Mit dem Bus Busse Minibusse verkehren ohne Fahrplan. Abfahrt ist wenn das Fahrzeug und den Dach, nach örtlichem Verständnis und den Dach, voll ist. Weitere Minibusse fahren in Nähe des Riyad-Markts ab. Auf der Straße Autovermietungen bieten Allradfahrzeuge für etwa 25.000 und Raute X00A0. DJF pro Tag. Mit dem Schiff das eine oder andere Kreuzfahrtschiff legt an. Es gibt Fährverbindungen über den Golf zwischen nach Obok, 800 und Raute X00A0, DJF, zweieinhalb und Raute X00A0. Stunden ab so, mi, ca. und Raute X00A0, 10 Uhr, unter Dora, 700 und Raute X00A0, DJF, zweieinhalb und Raute X00A0, die, do, frau ca. und Raute X00A0, 10 Uhr. Fahrkarten erhält man eine Stunde vor Abfahrt beim Schiff. Die Rückfahrten erfolgen etwa eine Stunde nach Ankunft an den Zielorten und dauern rund ein halber und Raute X00A0. Stunde länger. Von Mitte Juli bis Ende August wird der Fährbetrieb wegen des häufig hohen Seegangs eingestellt. Es gibt Verbindungen nach Jemen und Berbara in Somaliland mit einheimischen Schiffen. Entsprechende Fahrten sind im Hafen zu erfragen, aufgrund der schlechten Sicherheitslage ist von deren Benutzung wohl abzuraten. Mobilität-Taxipreise sind an größeren Ständen, auch am Flughafen, angeschlagen. Eine innerstädtische Fahrt kostet etwa 600 bis 700 und Raute X00A0, DJF. Ein Nachtzuschlag von 50% ist üblich. Minibusse halten nach Heranwinken. Sehenswürdigkeiten Sunpipe-Symbol Abreit-Pipe-Symbol Die katholische Kathedrale, Baujahr 1964, Bild, Busstation, 210.566.677. JPEG-Pipe-Symbol Sunpipe-Symbol Der Minaret der Hamoudi-Moschee, erbaut 1906 mit Platz für 1000 Korangläubige, am Rande des afrikanischen Viertels, gesehen vom zentralen Bushalt aus, 2016. Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne gibt es in dieser erst Ende des 19. Jahrhundert aus strategischen Gründen gegründeten Stadt kaum. Aktivitäten Sunpipe-Symbol Strand und Landschaft Bei Coambado, 1990 Strände-Strandleben Im herkömmlichen Sinne braucht man allein schon wegen der unerträglichen Tageshitze und den saisonal starken Winden kaum erwarten. Ähnliches gilt für die etwas weiter, am Ende der N3 gelegenen Strand von Einkaufen Bild Kataedulis 10.JPEG-Pipe-Symbol Sunpipe-Symbol Abreit-Pipe-Symbol Cutblätter am Strauch Dieses erst aufputschende, dann lethargisch machende Kraut wird von einem Großteil der männlichen Bevölkerung fast täglich ab Mittag gekaut. Geschäftsbetrieb ist am Vormittag und Abend, nachmittags ist die Stadt wie ausgestorben. Etliche Geschäfte finden sich im Afrikaner Viertel des Quartier 1. Supermärkte Küche Küche in einfacheren Restaurants muss man 500 bis 1000 und Raute X00A0. DJF für ein Hauptgericht ausgeben. Bessere Häuser kosten ab 1500 und Raute X00A0. DJF aufwärts Nachtleben findet vor allem im Europäer Viertel um den Platz 27 und Raute X00A0. Jün und in der Rüde-Ethiopie statt. Wochenende sind die Nächte von Donnerstag und Freitag. Will man alkoholisches, kann ein Bierchen schon mit 1000 und Raute X00A0. DJF zu Buche schlagen. Etliche Bars beschäftigen Schlepper, deren Gebaren von lästig bis extrem aufdringlich reicht. Als Freunde trinken sie dann eventuell uneingeladen auf Rechnung des Besuchers. Prostitution ist verboten, wird aber toleriert. Aufgrund des unregulierten Betriebs ist die HIV-Rate mit etwa 13% bei Gewerbetreibenden vergleichsweise hoch. Spielbanken Triller B Casino im Kempinski Hotel Gehoben direkt am Place du 27 und Raute X00A0, Jun 1977 sind beieinander das Menelik Hotel, Telefon, und Raute X00A0, plus 253 21.351.177, und die Residence L'Europ, Telefon, und Raute X00A0, plus 253 21.355.060, beide im Garten. Gehobenen Preis-Segment. Die Bar im Keller des Menelik, 20.00 bis 2.00, ist für Frauen allein geeignet. Noch etwas teurer ist das 2016 auf alte erwürdig renovierte Atlantic Hotel, um die Ecke in der Rüde Rom, dessen Preise steigen in den Sommermonaten um zwei Drittel an. Sicherheit, Bild, 18 Deployed Soldiers Receive Ago for Expert Infantry Batch 160329FYG608105.jpickpipe Symbol Für Afrikanische Verhältnisse ist Dschibuti ein sicheres Land. Nur vor Gelegenheits- und Taschendieben in Basaren wird gewarnt. Gesundheit Die Tageshöchsttemperaturen überschreiten von Mai bis Oktober regelmäßig 35 bis 40 und Raute X00A0, Grad Celsius, auch den Rest des Jahres fast immer 30 und Raute X00A0, Grad Celsius. Es besteht somit dauerhaft Hitzschlag und Dehydrationsgefahr. Die geringere Hitze ist jedoch in den Wintermonaten wegen der deutlich höheren Luftfeuchte oft ebenso schwer zu ertragen. Konsulate in Dschibuti wurde 2010 eine deutsche Botschaft eröffnet, lote Cimentara Maus, Telefon, und Raute X00A0, plus 253, 21, 344024, 7.30 bis 12.30. Sie nimmt keine Rechts- und Konsularaufgaben wahr und erteilt keine Visa, sondern leistet nur Nothilfe. Für Konsulerngelegenheiten ist die deutsche Botschaft in Addis Abeba zuständig, Telefon, und Raute X00A0, plus 251, 11, 123, 5162, Mo. Frau 8.00 bis 13.00. Das österreichische Honorarkonsulat, Telefon, und Raute X00A0, plus 253, 35, 5418, ist nicht befugt Notpässe auszustellen. Vorgesetzte Dienststelle ist die Konsularabteilung in Addis Abeba. Nachbarländer Ausflüge Sunpipe-Symbol-Bungalow-Anlage auf der Imcha, 2013 Sunpipe-Symbol-Lakassal enthält nur eine salzige Brühe mit einem Anteil von 34,8% in ACL. Die 15 Kilometer vor der Stadt Gelegene ist mit ihren kleineren Nachbarinseln Teil des Stadtgebiets, aber wegen seiner Mangrovenwälder und Korallenriffs als Schutzgebiet ausgewiesen. Es gibt für Besucher eine Bungalow-Anlage. Erreichbar sind die Inseln über den. Das Archipel eignet sich wegen seines flachen Wassers besonders in den Wintermonaten auch für nicht übermäßig erfahrene Taucher oder zum Schnorcheln. Die Sicht ist aber häufig auf 10 bis 15 Meter eingeschränkt. Mit Fahrgelegenheiten bei Bootsausflügen in den Golf von Tajora und die Bucht von lassen sich besonders am Wochenende, Freitag, leicht arrangieren. Saison ist Oktober bis April. Hier kann man vor allem November bis Januar auch Valhaie beobachten. Das Überschreiten der Landgrenze bei nach Somaliland wird 2016 als problemlos beschrieben. Allrad getriebene Busch-Taxes in diese Richtung stehen an der Als Beispiel und das, die Berheuttung haben, werden die Berheuttung auf der Gerät des Bucht. Die Berheuttung hat eine Bedürfung an der Mittelkrumpe. Der Berheuttung hat einen Bedürfung,